Hallo, hier ist wieder Xie und es geht weiter mit Monster Hunter Trial. Wie ihr seht, habe ich mittlerweile die komplette Loot Road Rüstung, inklusive des Loot Road Schweres. Und ja, die Rüstung wird uns sehr nützlich sein. Ich kann ja mal die neuen Fähigkeiten zeigen, die wir bekommen haben. Konstitution bringt, wobei ich kannte einfach mal, Moment, mal mal so. Wir können das ja selber durchlesen, was es uns bringt. Ja, wir haben keinen so hohen Angriff mehr. Das kennen wir ja. Aber so insgesamt bringt es uns halt gerade beim... Das war mein Handy. Insgesamt bringt es uns halt gerade beim Großschwert sehr viel. Weil wir eben, nun während wir angreifen, weniger Schaden bekommen. Und das kann ja relativ oft passieren. Jetzt muss ich nochmal kurz hier was überprüfen. Und zwar, glaube ich, kann man... War das der hier? Reiniger, genau. Wir brauchen Reiniger. Muss ich die Katalysatoren dafür hergeben. Super. Ja, Reiniger können wir im Kampf gegen unseren nächsten Gegner, den Barot, sehr gut brauchen. Ähm, wo ist das Zeug? Da unten. Nein, ist es nicht. Ähm, dann hier. Nein. Bin ich gerade blind? Wo ist der Reiniger? Ach, der müsste ja... Du alter Trank. Ja, der... Sieht man ja, der ist ziemlich mächtig. Man kann auch nur einen davon maximal dabei haben. Wo sitzt dieser Reiniger? Ah, ich suchte die ganze Zeit nach dem Symbol vom Katalysator und so weiter. Dann kann ich das natürlich nicht finden. Kann man auch maximal fünf dabei haben. Gut, gut, gut. Gut, dann sperren wir nochmal mit dieser Ausrüstung. Gut, ich werde es jetzt nicht ausnutzen, dass unsere... Ich werde es nicht ausnutzen, dass unser... Spielstand ja im Grunde genommen bleibt. Ich könnte dann rein theoretisch, wenn ich vergeige, einfach die Wii ausschalten und mal neu starten. Werde ich jetzt im Let's Play aber nicht machen. Nichtsdestotrotz ist es nicht verkehrt zu speichern. Dann kann ich nämlich... Sollte diese Aufnahme fehlschlagen. Was ja passieren könnte... Dann muss ich da nicht nochmal extra alles ausrüsten. Sondern kann im Notfall gleich weitergehen. Dann nehmen wir halt das. Weil man... Schade. Naja, gut. Nehmen wir das. Ja, ja, ja. Na, sehr gut. Ah, sehr, sehr gut. Zeit, hier kann ich... Na, okay, gut. Vom Barot brauche ich jetzt nicht so viele Gegenstände. Ich habe mir nicht vor, die Barot-Rüstung zu bauen. Die ist zwar in der Verteidigung sehr stark, aber... Naja. Ich habe mittlerweile auch das Schmetterschwert Plus bauen können. Es hat sich herausgestellt, dass das Pelagizid-Erz im Blutwald doch erhältlich ist. Und zwar sind das Vorkommen in Gebiet 5 und 6, also die Unterwassergebiete. Da gibt es Erzvorkommen, bei denen kann man Pelagizid-Erz bekommen. So. Wir haben nur noch den Barot vor uns. Nur noch. Wüstename ist ein... Ach ja. Ja, mal sehen, ob wir das tun können. Beziehungsweise das tun nicht wir, das tut der Barot, wenn er es tut. So, der Barot. Ein ziemlich großer Gegner. Und ein Gegner mit einer besonders starken Verteidigung. Die allerdings nicht nur von seiner... Äh, wie soll ich sagen... Seiner harten Panzerung kommt, sondern... Ja, das werden wir gleich sehen. Ich glaube, ich fange jetzt mit dem Erklären an. Wenn wir ihn sehen, dann kann ich... Da eher... Was erklären. Heißgetränke, Reiniger haben wir maximal. So, jetzt haben wir leider unsere Fähigkeit nicht mehr, dass wir mit Rationen so viel Ausdauer regenerieren wie mit gebratenem Steak. Aber das ist ja egal. So, Wohnmittel. Eisgetränk. Sonst noch was? Nein, das war's. Na gut, dann auf in den Kampf. Ich mag die Ludrotrüstung. Bis auf den Helm. Da finde ich den Fernkämpferhelm hübscher, weil... Weiß nicht, habe ich den gezeigt? Ich denke schon. Der sieht so ein bisschen aus wie eine Frisur. Und da hat es schon wieder gelegt. Bitte entschuldigt. Ich starte die Aufnahme nochmal neu. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Kann weitergehen. Also, Barot. Den Barot finden wir hinten in der Schlammlagune. Ja, ist nicht wirklich eine Lagune, aber... Weiß nicht. Ich habe es einmal gesagt, oder bleibe ich jetzt da? Was ist denn mit dem Grabber los? Komm schon. So, hier ist er nun. Das ist der Barot. Und hier sieht man, was seine spezielle Rüstung ist. Er hat sich jetzt mit Schlamm beladen. Und kann diesen Schlamm auch nach uns werfen. Sollten wir von diesem Schlamm getroffen werden, sind wir kurzzeitig von ihm umgeben. Und können weder zuschlagen noch sonst irgend... Also, was heißt, wir können rumlaufen und uns rollen. Das war es aber auch. Jetzt sollte ich mich lieber entfernen. Ouch. Yep. So, und warum habe ich jetzt die Wasserwaffe gegen ihn hier genommen? Weil die Wasserwaffe, sie ist zwar... Sie macht zwar keinen verstärkten Schaden an ihm, aber wir können ihm damit seine... den Schlamm leichter herunterschlagen. Sieht man hier auch schon... Ja, diese Gegner... greift hauptsächlich so an. Da muss man aufpassen, weil er mit dem Schwanz nochmal ausschlägt. Er mag jetzt vielleicht noch nicht so stark wirken, aber wenn er erstmal sauer geworden ist, dann bewegt er sich deutlich schneller. Autsch. Und wenn diese Ram-Attacke von ihm... wenn er die erstmal in einer höheren Geschwindigkeit macht, dann fängt der Kampf an, richtig interessant zu werden. Das Problem hat bei dem Gegner jetzt eben seine hohe Verteidigung, weswegen man ihm nicht so viel Schaden zufügen kann. Im Klartext hält er halt sehr viel aus. Der Kampf zieht sich. Gut, da ich ihn jetzt schon ein wenig besser kenne, wird es trotzdem nicht so lange dauern wie damals. Hoffe ich jedenfalls. Nichtsdestotrotz ist er trotzdem ein Gegner, den ich auf jeden Fall ernst nehme. Ja, und ab ihm hier haben die meisten Weavern nun auch die Möglichkeit, dass sie einen mit ihrem Gebrüll eine gewisse Zeit lang an einem Punkt fixieren. Dagegen gibt es auch Fähigkeiten, aber... Solange man auf einem gewissen Abstand bleibt und sich immer garantiert, dass man... Jetzt kommt es eben schon. Wie gesagt, jetzt macht er das halt sehr schnell. Und ein weiteres Problem bei dem Gegner ist halt, dass er ab einer gewissen Entfernung auch noch ein wenig die Richtung ändern kann. Also er stürmt nicht immer zwingend gerade voran. Weg! Und es ist auch so, dass man ihm von seinem Körper, solange der Schlamm sich darauf befindet, nichts zerstören kann. Man kann ihm seine Schädelpanzerung, seine Krallen, den Schweif, das kann man alles erst zerstören, wenn der Schlamm weg ist. Das Problem ist halt, dass er sich auch wieder im Schlamm wälzen kann und sich die gesamte Panzerung dadurch wieder zurückholt. Und ich weiß, dass er es schon wieder geleckt hat. Da kann ich jetzt gerade nichts machen. So, jetzt haben wir eben hier die Schlammschicht runtergeschlagen. Jetzt hat man es gerade auch gesehen, er hat die Richtung gewechselt. Ich werde mal versuchen, ihm den Schweif abzuschlagen. Ist ja auch eine Nebenaufgabe. Ich erwarte da allerdings jetzt nicht unbedingt. Ja, haben wir schon ein Problem. Jetzt ist er wieder im Schlamm verschwunden. Jetzt dürfte der Schlamm an seinem Schweif wieder da sein. Achso, der ist gänzlich verschwunden. Okay. Dann schätze ich mal, dass er hier drüben aufgetaucht ist. Ich glaube, dass der Barot nicht in den Dünen unterwegs war, sondern immer hier zwischen 3, 4 und oben eben dem, wo die Alterot-Hügel waren. Hier sind auch welche. Und er kann diese Hügel mit seiner Rahm-Attacke zerstören. Deswegen werden wir uns jetzt hier mal dahinter platzieren und warten darauf, dass er auf uns zustürmt. Verdammt, der ist. Aber gut, er hat seinen Schlamm an seinem Schweif nicht wieder zurückbekommen. Das ist schon mal sehr gut. Also muss er sich wirklich auch im Schlamm suhlen, damit er seinen Schlamm regenerieren kann. Gut. Mit meiner anderen Waffe könnte ich das so gut ausnutzen. wenn der Barot so auf der Seite liegt, aber das ist Großschwert einfach zu langsam. So. Jetzt lassen wir ihn mal hier dagegen stürmen. Komm, 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 komm. Ah, Mensch, zerstörst du auch. Komm, hier. Hier. Zerstör den Hügel. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Komm. Ja, sehr gut. Das ist jetzt einer dieser Alterot-Hügel, die wir für die Nebenaufgabe zerstören müssten. Verdammt. Man sieht auch, wie weit dieser Dreck teilweise fliegt. Also, da ist man hinter ihm auch nicht wirklich geschützt. Nein. Ich brauche seine Ram-Attacke. Der muss an mir vorbeistürmen. Oder sowas. Schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Ah, verdammt. Aber läuft ganz gut, würde ich mal. Gerade war unser Charakter ein wenig arg langsam. Das sind so ein paar Grundregeln bei Monster Hunter. Geht immer davon aus, dass du langsamer bist als dein Gegner. Man darf bloß nicht davon ausgehen, man wäre mal schneller als der Gegner. Sobald man davon ausgeht, kriegt man meistens gleich einen auf den Deckel. Verdientermaßen, weil es ja eigentlich schon fast, naja, ein bisschen hochnäsig ist, wenn man denkt, man wäre besser als der Gegner. Denn irgendwas. Ich denke mal, die früheren größeren Gegner haben auch schon sehr bewiesen, dass man die Gegner nicht unterschätzen darf. Gut, ich meine, wir haben die meisten Kämpfe innerhalb der ersten 10 Minuten geschafft, aber ich sage es mal so, wenn man das Spiel noch nicht so oft gespielt hat, beim Baroth, als ich den Baroth das erste Mal erledigt hatte, da habe ich schon zweimal verloren, war schon mit den Nerven ziemlich am Ende. Und, ähm, das war auch einer dieser Kämpfe, die eben bis in... bei denen ich bis zum Ende gekämpft habe. Also bis zum Ende der Zeit. Sogegebenermaßen, da wusste ich noch nicht so viel von den Effektivitäten, wusste noch nicht, wo ich die ganzen Gegenstände hinkriege und hatte dementsprechend eine schlechtere Ausrüstung. Und, ja, das erschwert es natürlich um einiges, aber jetzt ist er wütend. Das war knapp. Das war verflucht knapp. So, komm, 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 komm. Jetzt ist halt das Problem, jetzt, wenn er wütend ist, dann kommt man selten zum Angreifen. Die beste Gelegenheit zum Angriff hat man jetzt eigentlich, äh, kurz nach einer Ram-Attacke, genau, wenn er jetzt hier mit seinem Schweif ausschlägt und genau in dem Moment, genau da kann man ganz gut treffen, zumindest mit, äh, dem Großschwert. Die anderen Waffen greifen natürlich ein bisschen anders an, da muss man die Taktik auch ein bisschen anders wählen, aber, ja, sehr gut. Jetzt, denke ich mal, das ist ja ziemlich wütend, aber fürs Großschwert empfiehlt sich's halt, dass man diesen Augenblick zum Angriff wählt. Und auch bei dieser Ram-Attacke, äh, ruhig, äh, im letzten Moment fliehen. Wenn man aus irgendeinem Grund sich, äh, nicht gleich bewegen kann, im letzten Moment fliehen. Äh, weil er sonst die Richtung wieder ein kleines bisschen nachkorrigiert und einen dann trifft. Jupp. Upp, weg hier. Ach ja, was ich noch zu dem Schlamm sagen muss, weswegen wir den Reiniger dabei haben, äh, das Problem bei dem Schlamm ist halt, wenn er einen umgibt, äh, der bleibt eine bestimmte Zeit an einem und das, äh, schwierige ist halt, wenn dieser Schlamm sich auflöst, dann posiert unser Charakter wieder. Und das Posieren ist immer so eine gefährliche Sache, genauso wie beim Tränke-Einnehmen oder, ja, wenn man sonst irgendwas einnimmt, dann posiert der Charakter kurz und das macht einen im Kampf natürlich dann wieder verwundbar. So, man hört schon, hier ist er. Nehmen wir wieder ein Heißgetränk ein. Der wird sich wahrscheinlich im Schlamm verbergen. Naja. Epp, man sieht's da. Da sieht man seine, äh, den Oberteil seines Kopfes schwimmen. Das ist auch grundsätzlich so die Jagdtaktik dieses Gegners. Dass er, äh, dass er so untertaucht und kommst du mal hoch. Barott? Autsch! Ja, das war fast zu erwarten, aber irgendwie musste ich ihn dann, äh, rauskriegen. So, jetzt hat er aber, wie man sieht, seine Schlammrüstung wieder regeneriert, also auch in den Beinen. Ich glaube sogar, dass es so ist, dass wenn er diese, äh, wenn man an seinem Kopf den Schlamm zerstört, wenn man das hinbekommt, äh, dass er dann diese Schlammattacke, die man gerade sehen konnte, nicht mehr machen kann. Ja gut, da hat er ja dann keinen Schlamm mehr. Macht Sinn. Ja, da hatte ich jetzt Glück. Da bin ich ein bisschen, äh, früh ausgewichen. Da stellt sich dann später sehr oft so ein Gefühl ein, bei Monster Hunter von, ja eigentlich hätte ich ja getroffen werden müssen. Also einfach das Ganze jetzt hier vielleicht auch zwischendurch aussehen. Mag, man muss, äh, man muss die Monster und ihre Attacken schon ein Weilchen studieren, bis man das entsprechend abschätzen kann. Und selbst dann geht halt auch noch sehr viel schief. ne, verdammt, das war's Falsche. Ja, jetzt ist er wieder wütend. Oder auch nicht. Nein, der ist nur, er ist erledigt. Ach, seine Ausdauer geht zur Neige. Ist auch so eine Sache bei Monster Hunter, worauf ich allerdings nicht so sehr achte, dass im Verborgenen gewissermaßen unsere Gegner eine Ausdauerleiste haben wie wir. Und nach einer gewissen Zeit ist diese eben auch aufgebraucht. So, wir haben jetzt wieder Schlamm abgeschlagen und diesen Schlamm kann man dann aufsammeln. Der Schlamm ist ein sehr guter Dünger für die Farm. Das war knapp. Na komm, 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 mach irgendwas, mach irgendwas. Immer Kontern bei Monster Hunter. Ein direkter Angriff führt selten zu was Gutem. Immer schön ausnutzen, dass die Gegner eine kurze Zeit brauchen, bis sie sich nach einer Attacke wieder bewegen können. Überprüfen, wann, äh, wie lange das Zeitfenster bei jeder Attacke ist und dementsprechend agieren. Bei manchen Attacken ist es einfach so, da ist die Zeit, bis der Gegner sich wieder rührt zu kurz. Da lohnt es sich dann nicht, einen Angriff zu machen. Da weicht man lieber aus und wartet auf die nächste Attacke. Okay. Jaja. Jaja. Suhl dich nur wieder im Schlamm. Währenddessen brate ich da eine über. Ja, und dieser Rundumschlag, den hat so gut wie jeder Gegner und so gut wie jeder Gegner macht ihn zweimal nacheinander. Das zum Beispiel halt auch. Das ist normalerweise im mindesten die eine Attacke, bei der man mit jeder Waffe angreifen könnte. Gut, ich denke, dass es mit Schwert und Schild zum Beispiel wesentlich mehr Punkte gibt, an denen sich ein Angriff lohnen würde, weil man halt schneller angreifen kann. Aber wie gesagt, damit kämpfe ich nicht gerne. Es gibt zwar auf der PSP-Version eine ähnlich gelagerte Waffe, da hat man zwei kleine Schwerter, zwei kleine Messer, je nachdem. Die greifen ähnlich schnell an, die benutze ich auch gerne, allerdings ist es halt auch wieder so eine Waffe, da kann man nicht blocken. Das heißt auch so eine Waffe. Mit der Waffe, die ich später haben möchte, kann man nicht blocken, zumindest meines Wissens nach nicht. Das war die falsche Wow. Also in dem Let's Play entweder habe ich Arges Pech oder Arges Glück. Mal so, mal so. Ich glaube auch unser Lutro Schwert hat eine hat länger seine erhöhte Schärfe, das finde ich sehr gut. Zumindest länger als weg hier. Länger als die Kiefer Klinge, die wir hatten. immer wenn auf Entfernung dann kommt er da mit daher. Fuck! Wow. Ja, Autoblock sei Dank. Ich glaube, ich werde das Juwel noch länger bei mir tragen. Das war zu früh. Yep. Dafür kriege ich dann auch die Quittung. Gott sei Dank. Wenn man so nah bei ihm dran steht, die Dinger fallen zwar komplett zufällig, aber nichtsdestotrotz in solchen Massen und halt diese Brocken sie fallen halt auch so schnell runter. Wenn man sehen dürfte, habe ich Cha-Cha den Feuerangriff gegeben, eben für den Fall, dass ich genügend von dem Schlamm herunterschlage, der herunterschlagen kann. Moment. Leute, nochmal ein Schnitt. Das lasse ich mir nicht gefallen von meinem Programm oder von meinem Grabber. Bis gleich, Leute. So, und weiter geht's. Ich hoffe, dieses Geräusch, der äh, der, ne, dieses Menüs, dieses Wii-Menüs ist nicht zu laut. gut. So, jetzt ist er wahrscheinlich hier oben, nehme ich an. Oder auch nicht. Ähm, geht der denn jetzt nochmal hin? Ich war mir ziemlich sicher, dass er in die Dünen nicht geht. Oben dachte ich jetzt eigentlich auch nicht. Es sei denn, natürlich, der hat sich jetzt einfach nur in der Schlammlagune im Schlamm unten getarnt. Sehe ich jetzt aber auch nicht. Naja, ich hab den Farbball nicht geworfen, das war mein Fehler. Ich weiß gerade auch nicht, wo legt er sich zum Schlafen hin. Vielleicht ist er ja hier oben. Oder vielleicht unten in der Höhle. Es ist halt auch wieder eine Zeit her. Ja, da ist er ja. Da ist er hierher gegangen. Gut. Ah, der ist schon ziemlich arg am Boden. Ah, jetzt hab ich's gesehen. Da ist er lang. Also wieder runter in die Schlammlagune. Stimmt ja, so hat man das bei den Gegenden gesehen, die sich eingebuddelt haben. Da ist dann immer so eine Dampfspur, ja, Staubspur. Sag ich mal. Ach, er schläft. Er schläft. Mal sehen. Gehen wir mal vorsichtig hin. Um ihm. Ah, ah, und zack. sehr schön. Ja gut. Der Kampf, er hat länger gedauert als die anderen Kämpfe. Nichtsdestotrotz hat sich die Erfahrung wieder bezahlt gemacht, würde ich meinen. Ja, schneidet mal so einem Viech einen Rückgrat aus dem Maul. Naja, gut. das darf man nicht so eng sehen. Wenn das ginge, dann könnte man sich ja viel zu leicht bestimmtes holen. so. So. Ah, Moment. Lag hier nicht noch? Ah, ist das verschwunden. Mist. Ja, ein bisschen aus einem Schlamm hätte ich schon gerne mitgenommen, denn der ist wie gesagt perfekter Dünger. Aber hilft halt nicht. Sehr gut. Na gut, wie gesagt, er hat mich halt früher sehr genervt. Jetzt kannte ich den Gegner schon wusste, was ich tun... Ah, Düngerschlamm, genau. Jetzt wusste ich halt, was ich tun musste und das bringt halt viel. Sehr, sehr viel sogar. Na gut, na gut. Ich glaube, ich weiß, was als nächste Aufgabe kommt. Wenn's die ist, dann freue ich mich sehr darauf. Sollte aber eigentlich. Ja doch, die nächste Aufgabe... Ich glaube, ich weiß nicht, was das ist, denn wir sind jetzt hier wieder mit den 3-Sterne-Aufgaben fertig und... Auga, Auga, Idee für neue Maske will in Chachas Kopf wie Tsunami lacker. Wunderschöne Maske macht groß, großen Chaka-Appetit. Jäger-Magen knurrt, knurrt. Chacha lässt Pläne bei Kind von Dorfchef, Junior. Pläne gesehen? Muss ja gucken. Auga, Auga. Oh, Barot-Panzer. Wow. Dann reden wir halt noch kurz mit dem Junior. Danke fürs Kommen. Der kleine Limmel Chakubaku oder wie er heißt, hat mir Pläne für eine neue Maske gegeben. Ich kann sie anfertigen, wenn du mir das Material bringst. Fang gleich damit an. Schau dir die Dörfler bitte an. Ähm, mal hier gucken. Also Barot erscheint in unsere, äh, erscheint nicht im Moga-Wald. Bin ich auch ganz froh darüber. Äh, Bläbläbläblä. Ja, den habe ich leider nicht geholt. Ich hatte zwar eigentlich ein Fangnetz dabei für den Fall, aber da habe ich nicht mehr dran gedacht. Dafür muss ich nochmal einen, äh, Donner. Aber, egal. So, wir haben alle bisherigen Aufgaben erfüllt und deswegen, willkommen daheim. Gute Arbeit, den Barot zu besiegen. Ich habe ein weiteres Empfehlungsschreiben für dich und deine Kontaktperson nicht geschickt. Warte mir auf Antwort. Wenn alles gut geht, darfst du bald in einer neuen Gegend jagen. Ist das nicht aufregend? Geh und pack deine Sachen. Wie erst mit etwas Entspannung. Bade in heißen Quellen. Das sehe ich nach Moga-Art massieren. Na klar. Du hast schon den nächsten Auftrag. Jetzt kommt ein Gobul. Ja! Diese Viecher sind große Leviathane, die im Flutwald leben. Dazu brauche ich jetzt nicht mal ein Buch. Hm? Warum ich meine Notiz nicht benutze? Ich habe es beim Schreiben etwas übertrieben. Die Zahlen sind so klein geraten, dass ich nichts mehr lesen kann. Blöd, oder? Also, weißt du, wie viele Informationen ich dir heute geben kann? Null Komma Keine. Wie gefällt dir diese umgehende, entscheidende Antwort? Ich sollte ins Management gehen. Oh, hey. Ja. Oh, ja. Wir dürfen den Gobul endlich erledigen. Da gehe ich gleich auf die Jagd, denn diese Aufgabe ist sehr, sehr wichtig für mich. Die Leute, die das Spiel kennen, wissen auch, wieso ich muss mich beeilen, wie es schnell geht. So, brauche ich jetzt ein anderes Schwert gegen einen Fisch. Macht es natürlich nicht viel Sinn. So. Hm. Soll ich jetzt das Schwert nehmen, oder? Die Riesen-Kiefer-Klinge. Ja, die Riesen-Kiefer-Klinge, glaube ich, ist sinnvoller. Gut, gut. Der Gobul. Brauche ich sonst irgendwas? Gegen den Gobul. Ach ja, doch, doch, doch. Grillen brauche ich. Und was könnten wir noch brauchen? Wieder Schallbomben. Nehmen wir auch wieder zwei Reichen. Gut. Dann sind wir soweit ausgerüstet. Zwar nicht maximal, aber macht ja auch nichts. Wir verbrauchen ja nicht alles. Ich will jetzt einfach nur schnell diese Aufgabe beginnen können, weil der Gobul... Ach ja. Nochmal überprüfen. Dämonenmittel, haben wir alles da. Okay, jetzt brauche ich nichts. Das macht jetzt aber auch nichts. So viele Gegenstände werden wir ja nicht mitnehmen. Okay. Was nehme ich denn da am besten? Erneuter Schnitt. Bis gleich. So, was soll ich nehmen? Ah, ja. Trockenbutter. Warum nicht? Superzerleger. Gibt es noch in einer anderen Kombination? Nö. Aber Superzerleger will ich auf jeden Fall haben, denn dann kann ich noch ein bisschen mehr aus dem Kadaver herausholen. Süße? Das ist Brotkruste mit Butter. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, ich bin in der Hinsicht einfach übervorsichtig, ich weiß. Fische den Gobul einmal raus. Hier richtig. Ab in den Flutwald. Zwischendurch weiß ich halt auch nicht, liegt es an, liegt es jetzt daran, dass die Konsole länger braucht zum Laden oder liegt es am Grabber? So. Wie man am Bild schon sehen hätte können, der Gobul ist eine Art großer Anglerfisch. Mit einer Menge Stacheln am Rücken. Er unterscheidet sich, äh, ja gut, äh, sein Angriffsmuster ähnelt sehr dem Königs-Lutrot. Er hat aber ein paar spezielle Attacken, die auch kein anderer Gegner haben kann, beziehungsweise haben wird. Ich bin jetzt gerade unsicher, wo wir denn, also, es ist auf jeden Fall ein Unterwassergebiet, wo wir ihn treffen. Aber, ist das jetzt schon in Gebiet 4 oder 5 und 6? Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Dieser gigantische Schwammmantel, herrlich. Äh, vom Gobul werden wir, äh, werde ich mir auch wieder die komplette Rüstung holen. Da die Gobul-Sachen, wenn ich mich recht erinnere, recht, äh, nützlich waren. Schön, dass habe ich mir die in der Vergangenheit komplett geholt, weil es sich gegen den Gobul auch recht schön kämpft. Allgemein sind die, äh, Unterwasser-Kämpfe eigentlich recht angenehm. So, na gut, dann sehen wir ihn wahrscheinlich hier drüben in dem Gebiet. 5 oder 6, ja. Ich glaube aber 6, oder? Jep, Gebiet 6. Ja, da unten sieht man übrigens diese, äh, das Erzvorkommen, wo man das Pelagizid-Erz bekommen kann. Nur mal so nebenbei. Aber man sieht's in der letzten Aufnahme im Kampf gegen den Königslutro auch des Öfteren. So. Tja, das ist doch nur Luftkraut. Oder auch nichts. Da ist er, der Gobul. Diese Töne, die er von sich gibt. So, da hinten sieht man ihn. Der Gobul versteckt sich immer wieder im Boden. Jetzt hat er uns entdeckt. Man kann so einen kleinen Hügel am Boden sehen, der sich bewegt. Ansonsten, man hat ja gerade gesehen, dass, da war er, verdammt, ouch, voll erwischt. Okay. Ja, der Gobul und dann hat seinen Stahl noch nicht ausgefahren und macht er, wenn er, ja, wenn er die Attacke macht oder wenn er wütend ist. Danke, Cha-Cha. Ach, der Kampf fängt ja gut an. Man sieht auch die spezielle Fähigkeit des Gobuls. Das ist halt diese Paralyse, mit der er einen treffen kann. So, wenn er das hier macht, man sieht, diesen Hügel, da, der sich da bewegt. Dabei ist die beste Möglichkeit, dann in runden Bahnen schwimmen. Das ist zumindest meine Devise, da er dann eben dieses Ansaugen manchmal wieder macht. Und dem möchte man möglichst entgehen. Dabei rotiert er aber auch noch, also nicht gleich, nur weil er in eine andere Richtung anfängt zu saugen, auch wenn er sich zu bewegen, sondern weiter schwimmen. Ihm kann man genauso wie dem Königsludrot den Schweif abschneiden, bringt allerdings, glaube ich, hier nicht so viel. Ich glaube, den brauchte man auch nicht für die Rüstungen. Viel wichtiger wäre seine Laterne, allerdings traue ich mir, dass mit meiner derzeitigen Waffe nicht so wirklich zu, weil wir eben so langsam sind. Das ist auch noch eine nette Attacke. Wie gesagt, er hat halt ein Attackenrepertoire, welches nur er hat. Macht ihn dadurch zu einem sehr besonderen Gegner. Gut, er ist ja im Vergleich zu den anderen auch kein Weaver, sondern ein Leviathan. da bloß aufpassen, alle Stacheln auf seinem Rücken sind auch wieder paralysierend. Immer große Vorsicht walten lassen bei ihm hier. Und momentan, man sieht ja, er hat jetzt keine allzu festen Schuppen, aber wie gesagt, wenn er wütend wird, fährt er seine Stacheln meist dauerhaft aus und diese Stacheln dienen ihm dann auch als eine Art Rüstung, Panzer, wie man möchte. Also sobald er wütend ist, ist er schwieriger zu bekämpfen. Ich kann jetzt versuchen, ein wenig auf seine Laterne zu gehen. Verdammt, wieder erwischt worden. Ich bin einfach zu langsam mit dieser Waffe. Was man auch sagen muss, man hat ja gesehen, dass seine Fühler, wenn er sich im Boden versteckt und halt lauert, also uns nicht hinterherjagt, sondern wirklich lauert, dass die aussehen wie Luftkraut und wenn es ruhig ist, wenn er sich versteckt hält, dann kann man es auch daran erkennen und man könnte ihm dann sogar, wenn man sich langsam genug Nähe hat, dann schon etwa seine Barthale abschneiden. Also sich etwas von ihm nehmen. Ouch! Der war blöde von mir. Ich werde sich wieder verstecken, nehme ich an. Warum nicht? so, und jetzt wie gesagt, den Kreisbahnen um ihn herum. Wenn man nicht wissen kann, was er genau als nächstes vorhat. Jetzt bin ich wieder zu langsam, nehme ich an. Ja. Nein, 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 nein. Verdammt. Ja, wenn man die Kontrolle im Kampf behält, ist der Kampf gegen den Gobul nicht so schwer. Es ist halt mit dieser langsamen Waffe nicht sonderlich einfach. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, als ja, ich langsamer. Warum auch immer. Also im Laufen meine ich. Selbst mit eingezogener Waffe. Könnte vielleicht dann den Wassereffekt liegen, dem ich momentan unterliege. Weil sollte ich eigentlich einen gewissen Schutz dagegen haben. Wegen meiner Rüstung. Also Stromabwehr oder was das war. Weil in dem Fall halt nicht Strom im Sinne von Elektro gemeint ist, sondern im Sinne von Wasserstrom. Ah, verzieht sich in die Höhle. Okay. Dann wieder ein Wettstein. Die Mini-Wettsteine sollte ich mir immer lieber aufheben, denn die funktionieren schneller. Deswegen wir dann im Kampf, im Notfall auch während des Kampfes, unsere Klinge schärfen könnten. Voll in die falsche Richtung. Sehr gut. Da oben haben wir wieder, ja, wir haben zwei Pelagizid-Erzstellen. Ich glaube, da unten war sogar noch eine dritte. Interessiert uns jetzt aber nicht. Wir wollen den Geburt erledigen. So, der versteckt sich jetzt wahrscheinlich wieder irgendwo. Nehme ich mal an. Ja, da. Das war nur ein Lootrot. Muss man halt ein bisschen darauf achten. Nein, das ist er nicht. Aber gerade hier in der Höhle sollte man es eigentlich sehen können, wenn hier irgendwo dieses Gras heraus ragt. Okay, das ist er auch nicht. Wollen wir denn das Gras? Ach, da ist er. Langsam nähern. Denn man kann ihn dann auch erwischen. Okay, das war er auch nicht. An Land ist er nicht. Der versteckt sich irgendwo im Boden. Wir müssen halt nach diesem... Ist er das wirklich nicht? Moment. Nein, das ist er wirklich nicht. Wohl, wo bist du? Ich hab grad echte Schwierigkeiten ihn zu finden. Normalerweise... An Land? Der ist doch nicht an Land gegangen. Der ist hier reingeschwommen. Oder? Es sei denn natürlich, meine Sicht war vorhin gar nicht vertreten. der ist in das andere Gebiet rüber. Ach, verdammt. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Ich dachte, der wäre hier rein. Wobei, das würde gar keinen Sinn. Mann, hier geht der Gebul auch nur, wenn er geschwächt ist. Danke, Chacha. Dann gehen wir mal hier rüber. Aber jetzt schätze ich mal, dass er sich hier dann im Boden versteckt. Ja, man könnte halt... Man kann verschiedene Dinge machen, wenn er da ist. Er da ist. Er ist. Wenn er uns so entdeckt hat, dann bewegt er sich wahrscheinlich wieder auf uns zu. Nein, da ist er. Man sieht ihn schon, wenn er wütend ist, sieht man dieses Husten. hat er uns erwischt. Man kann ihm halt da auch Schaden zufügen und wenn man... Jetzt ist er wütend. Oder auch nicht. Oh Gott, Herrgott, Schinome. wäre sie nicht so langsam. Ja, das hier würde passieren, wenn man seine Barthaare in der richtigen Art und Weise erwischt. Allerdings würde er dann ein bisschen auf dem Rücken bleiben. Nein, nicht schon wieder. Wieso erwischt er mich denn die ganze Zeit damit? Komm schon. So. Gut, dass nach dieser Aufgabe alles leichter wird. Nach dieser Aufgabe, wenn ich die geschafft habe, ja okay, nicht gleich, aber bald wird alles leichter. diese Lootroute noch nicht hier wären. Da warst du sind die so nervig wie Renoplos an Land. So, jetzt ist er wütend. Jetzt hat er seine Stacheln dauerhaft ausgefahren und wie gesagt, die dienen ihm halt quasi wie ein dauerhaftes Schild. ich glaube, ich verziehe mich mal kurz, damit ich meine Klinge schärfen kann. Damit ich doch diese Stacheln ein wenig durchschlagen kann, wenn ich es denn überhaupt kann. Sie hat es auch nicht unbedingt gesagt. Dazu haben wir noch eine übrig, sehr gut. Ist ja gut, dass du wütend bist, Cha-Cha. Dann entlade diese Wut doch bitte in starken Angriffen. So, äh, sehen schon wieder. Dumme Begrenzung. Moment, ich mach jetzt mal das andere. Wir sind so ätzend langsam. Das ist echt nicht mehr feierlich. Komm, diesmal entgehen wir dem. Wie gesagt, der rotiert auch. Problem ist halt zum Beispiel auch, dass wir eben seine Stacheln nicht kaputt machen können. Die sind unzerstörbar. nebenbei kann der Kobul aber auch an Land kämpfen. An Land ist es wesentlich leichter gegen ihn zu kämpfen. Naja, welche Überraschung. Ich hoffe, ich hoffe, dass dieser Kampf sich jetzt nichts zu lange zieht, denn, ja, die Folge wird so schon relativ lange. Hätte ich ihm seine Laterne vielleicht zerstören können. Du gehst, gehst du raus? Oh, super. Wenn er rausgeht, dann ist das ideal. Das Problem ist, an Land kann er seine Laterne nutzen. Mit seiner Laterne kann er uns verwirren. Moment, der sabbert. Haben wir den doch schon so weit. Das wäre natürlich super. Land, er verhält sich im Grunde dann ähnlich wie sein äh, wie der Königs Lutrot. Bloß nicht vom Schweif erwischen lassen, der paralysiert, ja. Was man da auch gerade sehr gut sehen konnte, das war dieser Not sein Notsprung wenn so möchte. Der klappt nur manchmal. Aber ja, bei dem kriegt man halt geringfügig Schaden. So, ja, habt ihr schon gesehen, geholt. So kriegst mich nicht. Es passiert wieder sowas. Na, der hat keine Lust, seine Laterne einzusetzen. Das macht aber nichts. Ja, wenn ich die Laterne jetzt noch nicht kaputt machen kann, das ist kein Problem. man man kann man man braucht sie selbstredend für die Rüstung. Okay, jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Das wird jetzt wehtun. Oder auch nicht. Das war falsch. hat aber noch mal Glück. jetzt ist er wieder wütend. ich fürchte aber, dass ich ... ... ja, ich müsste meine Klinge schärfen, um seinen Schweif abzuschneiden. Jetzt müssen ich natürlich ... Ah! So, für sowas ist dieser besondere Notsprung auch ganz gut. Man kann nämlich solchen Effekten dann teilweise entgehen. Das ist recht praktisch. Aber lass mich in Ruhe, bitte. So. Jetzt will er wieder unter Wasser kämpfen. Okay. Das ist kein Problem. Ja, jetzt haben wir halt eine Donner-Schwäche. Macht nichts. Der greift uns ja nicht mit Donner an, sondern mit Paralyse. Paralyse ist nicht Donner. Wir sind hier nicht bei Pokémon. Ah, okay, wir haben es doch hingekriegt. Sehr gut. Da muss ich mich darum später schon nicht mehr kümmern. äh, ich weiß nicht so ein bisschen wundern, dass er sich trotz seiner Stacheln auch eingraben kann. Wie er das genau macht, verstehe ich nicht ganz. ist aber auch egal. So. Schnell wieder Megatrank nehmen und wieder ab ins Getümmel. Ich weiß, das ist eine etwas feige Strategie, das zu machen. Dafür kann der auch sich dann wieder im Boden verstecken und diverse fiese Attacken gegen uns einsetzen. Ja, sowas zum Beispiel halt. Ouch! Jetzt hat er mich doch erwischt. Ich dachte, dass er mich nicht erwischt, wenn er mich nicht einsaugen kann. Stärke-technisch kann ich bezüglich seiner Attacken nicht viel sagen. Au! Ich hätte mich denn damit erwischt, bitte. Komm, greift Tata an und danke dir. So, ja, ohne seine Lampe kann er uns natürlich auch nicht blenden. Das könnte er auch unter Wasser. Hat er bisher noch nicht gemacht. Sein Pech. So. Sehr gut. Langsam wird er geschwächt. Später kämpft sich's gegen den Gubul auch nicht mehr so schwer. Das sind halt jetzt immer so die ersten Kämpfe. Die allerersten Kämpfe verlaufen naja, okay. Sollte ich nicht sagen. Ich meine, die ersten Kämpfe gegen die anderen Gegner sind ja auch relativ glimpflich für mich ausgegangen, muss man sagen. Ach, wie hat er mich da denn schon wieder erwischt? Ich krieg gleich wieder mega zrang. dacht ich mir, dass ich da jetzt wieder Schaden fresse. Das kannst du gerne machen. So, haben wir ihn im Schweif auch abgeschnitten. Sehr gut. Ich glaube, recht viel mehr kann man ihm gar nicht zerstören. Ich glaube, seine Barthare könnte man ihm vielleicht noch eventuell abschneiden. Das weiß ich aber nicht sicher. Wo, 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 wo. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ah ja, und an dem To... Ah ja, genau. Und nicht gleich hinschwimmen, wenn er wieder runterkommt, hat er nämlich auch Schaden. Sagen wir es mal so, das ist ein Fisch, der kann platschern und es tut auch weh. So, der verzieht sich jetzt. Okay. In das Gebiet? Seit wann geht der in das Gebiet? Mir soll es egal sein, aber das ist ungewöhnlich. Ungewöhnlich. So, Stachel. Von denen brauche ich eine Menge. Insgesamt 10 an der Zahl. Ich denke mal, die werde ich in einem Kampf ja auch noch nicht zustande bringen. Das macht nichts. Aber, ja, weiß ich schon, was ich wieder zu tun habe, wenn ich hier fertig bin. Der ist wieder und da... Wo ist der denn? Ach, da. Ja, gut. Normalerweise würde er sich jetzt in die Höhle verziehen. Wupp. Ah, man sieht, der stachelige Teil seines Schweifes ist immer noch da, also der kann uns auch mit dem, was noch übrig ist, paralysieren. Kann er nur noch den Ansturm machen? Richtig. So, jetzt habe ich ein bisschen Probleme mit dem Schaden machen. So, jetzt wankt er schon. Ich denke mal, es wird nicht mehr ewig dauern. So, komm, 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 bringen wir es endlich zu Ende. Der dürfte jetzt dann, wenn er schon so geschwächt ist, haut er gleich in die Höhle ab und dann in der Höhle gibt es den Gnadenstoß. Ich habe das Atmen gesehen. Da ist er. Man sieht ja auch, dass er schon ziemlich schwer atmet. Komm schon, das muss doch gehen. Ja, damit kommt er raus, zumindest. Wow. Das geklappt hat, weiß ich nicht. Ich bin nur froh drüber. Ich glaube, der ist ein bisschen sauer. Ich finde das Geräusch irgendwie toll, wenn er diesen Angriff macht. Das sind Schwertgeräusche. Ja, komm, zieh dich in die Höhle. Ja, sehr gut. Doch den Durchgang können wir nicht. Aber damit ist jetzt ziemlich fest, dass dieser Gobol nicht mehr lange durchhält. im Grunde genommen, es verhält sich eigentlich wie in meinen früheren Projekten auch. Alles, von dem ich sage, das ist eigentlich nicht so schwer. Das macht sogar Freude. Das macht mich total fertig. Und alles, von dem ich vorher behaupte, ja, es ist total schwer und habe mich total genervt und alles mögliche, das ist kein Problem mehr. man sieht es ja schon überdeutlich. Der der hyperventiliert schon die ganze Zeit. So. Na komm. Hauen wir drauf. So muss das aussehen. Genau das wollte ich. Wenn man nämlich so trifft, dann macht der sowas. so ist natürlich gleich wieder wütend oder auch nicht. Komm. Mann, Ringe sind endlich zu Ende. Folge ist schon relativ lange. Gobol stirbt. Endlich. Autsch. Hätte ich doch nochmal die Klinge schärfen sollen. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Mach, 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 mach. Ich will keinen Schaden kriegen. Habe ich nicht. Gut. Naja, jetzt machst du wieder das. Ehm, man sieht da ja sogar seine leuchtenden Augen. Autsch. Na gut, hätte der Gobol jetzt einen Angriff ausgeführt, hätte mich der Lutro sogar gerettet. In solchen Fällen ist es dann sogar manchmal ganz gut, wenn die einen nerven. Jetzt kommt schon Gobol. Habt ihr nicht so. Ach, stimmt. Aber jetzt weiß ich wieder, wie das mit den Schallbomben war. Wenn er sich so im Sand vergräbt und er nicht wütend ist, wohlgemerkt, dann kann man ihn da mit Schallbomben herausholen. Und zwar auf die Art meiste, dass er dann umgedreht ist. Könnte man sich vielleicht merken. Lasst mich in Ruhe. Ich will diesen Gobol jetzt ausnehmen. Gut, unser Chacha hat auch was mitgenommen. Haut. Ja, okay. Ich bräuchte eigentlich einen Stachel. Wir haben ihn nicht herausgeangelt. Das macht nichts. Das geht, glaube ich, sowieso nur in Gebiet 4. Das ist auch noch eine Flosse. Gut, gut. Damit haben wir die Drei-Sterren-Aufgaben auch soweit abgeschlossen. Ach ja. Ach ja. Aber wie gesagt, das hier war jetzt eine sehr, sehr wichtige Quest für mich. Ich sage sehr oft sehr, sehr in diesem Let's Play. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich denke, ich hoffe, sagen wir mal so, dass ich auch bald zeigen kann, warum diese Aufgabe für mich so wichtig ist. Flosse, Stachel, sehr gut. Lähmbeutel, Haut, Lähmbeutel, Lähmbeutel. Ah, da haben wir seine Laterne. Mehr Haut, ich bräuchte aber Stacheln. Hilft jetzt nicht. Muss ich halt den Gubul noch ein paar Mal erledigen. Aber ich nehme am nächsten Mal ein paar mehr Schallbomben mit und dann ist es kein Problem. So, jetzt hoffe ich, dass der Kapitän der Argosi da ist. Ja, er ist da. Sehr gut. Hallo. Hallo, Jäger. Yokohita. Du jage gut. Wir handeln gut, ja? Du kommst gerade rechtzeitig. Brieftaube noch eine Melde. Das noch Land mit dir Moga-Wahn handeln will. Es heißt Viva-Land. Viva-Land. Die Handelswaren von dort sind besonders. Man erhält sie kaum woanders. Toku-Betsu. Willst du kleines Geheimnis über Viva-Land hören? Ja, klar, warum nicht? Soko-Nakucha. Soko-Nakucha. Na, Kucha. Hör gut zu. Ich auch Viva-Lianer. Überrascht desuka? Desuka? Meine Familie wartet in Viva-Land auf meinem Rückkehr. Du machst dieser Gosi-Kapitän glücklich, wenn du nach Hause schickst. Dafür erhält du Objekten für Jagdflotte. Habe jetzt erstmal Waren gezeigt. Ja, wir handeln. Ich wollte eigentlich was anderes. Hier werde ich es wahrscheinlich so nicht kriegen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Ach komm, du hast doch noch was für mich. Ich kann auch mit Schwertumgang viel, ja. Mist, wieso darf ich das noch nicht? Schade. Na gut, dann zeige ich mal kurz, was man hier machen kann. Dauert es noch ein bisschen. Okay, okay. Kriege ich es halt noch nicht. Menno. So, hier haben wir Barot, Helm, das ist halt eine, wie gesagt, sehr defensive Rüstung, wie man sehen dürfte. Gobul ist eher elegant. Wie gesagt, von Gobul, das werde ich mir auch komplett holen. Barot hier wieder, ja, eine richtige Kralle, mit der man aber nicht angreifen kann. Wieder Gobul. Also, ich finde die Gobul-Rüstung richtig schön. So, hier haben wir noch das hier, das hier, das hier, und das hier. Und hier haben wir auch noch. Ja, da sieht man jetzt nicht viel davon, ist mir klar. Aber gut, dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge, wir reden beim nächsten Mal mit den ganzen Leuten hier. Wobei, mit dem muss ich noch reden, weil ich sonst... Hey, ich habe eine neue Bitte an dich. Ich glaube, das wird dir gefallen. Was wäre das Größte für dich? Sag nichts. Ich weiß doch, dass du die Kapazität der Pilzbox verbessern möchtest. Du, Glückspilz. Die Farmer wollen das auch. Pilze sind so lecker in Suppen und Salat. Und auch gesund. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber denk mal an all die Pilze. Äh, ja, was denn jetzt noch? Die Bestellungen sind da, die Bestellungen sind da. Es gibt eine unglaubliche Nachfrage nach Honig. Diese Städter schmieren ihn aufs Brot, auf rohes Fleisch. Du hast richtig gehört. FDH, frisst den Honig, heißt diese Diät. Ist ein echtes Phänomen. Man hat herausgefunden, dass Moga-Honig mehr Kalorien als andere Sorten hat. Er wird ja auch mit Liebe hergestellt. Und um dicker zu werden, geben die Leute uns um für unseren Honig aus. So werden... So werden sie nie reich. Ironisch, was? Aber wir hinken bei der Honigproduktion hinterher. Also haben die Farmer und ich etwas beschlossen. Wir werden die Honigproduktion steigern. Und dafür sollst du das Material und die Rohstoffe sammeln. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Glaubst du, du kannst es irgendwann besorgen? Oh ja, jede Menge Dörfler bitten. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das alles hier machen können. Na gut, na gut. Ja, wie gesagt, mit den Leuten reden wir dann beim nächsten Mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir mal die Gobul-Rüstung zulegen. Und ich würde dann sagen, das war es mal wieder von Monster Hunter 3. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.